2027 Vor 10 Jahren hat die schweigende Mehrheit ihren Sieg über die Minderheiten gefeiert. Im Zuge der großen Harmonisierungsgesetze sind Ruhe und Frieden dem Volk zurückerobert worden. Es gelten wieder Ordnung statt Kontrollverlust, Gemeinschaft statt Autonomie, Arbeit statt Rausch. Disharmonische Kräfte haben sich in virtuelle Welten im Untergrund zurückgezogen. In versteckten Winkeln tief unter der Erde keimen terroristische Zellen des Lärms, der Verschwendung und des Rausches. Hi Manny, Minus 8 bitte. Hi Robert, na, versuchst du's wieder? Du kannst wohl einfach nicht aufhören. Manny, ich glaub du weißt, dass ich genauso wenig aufhören kann, wie du denken kannst. Diesmal klappt's bestimmt. Ich kann vielleicht nicht denken, aber ich kann zählen. Und du bist diesen Monat schon 19 mal hier unten feiern gewesen. Box 25 ist für dich reserviert. Viel Spaß. Hallo Robert. Immer noch nicht genug. Du kommst heute nicht rein. Hey, sag nicht an mir, dass das System letztes Mal zusammengebrochen ist, ja? Gut. Ich lass dich rein. Aber nur, wenn du dich diesmal selber spielst. Ich versuchst du's nicht aufhören. Ich isch. Ich versuchst du's nicht aufhören. Ich versuchst du's nicht aufhören. Level 1. Betritt in den Club ohne in der Schlange zu stehen. Glückwunsch. Level 2. Finde den Magic Vodka. Das ist kein Magic Vodka. Versuch's nochmal. 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 Das ist kein Magic Vodka. Das ist kein Magic Vodka. Das ist ein. Untertitelung. BR 2018 Du bist nicht betrunken genug, um es mit dem magischen Wodka aufzunehmen. Sammle noch 12 Shots, um den magischen Wodka trinken zu können. Was war das denn? Scheiße! Ich glaub's nicht. Was ist denn hier los? Ja, was ist denn hier los? Wer bist du? Wo bist du? Ich bin hier. Ich bin hier. Vielen Dank.